Der unbekannte Attentäter treibt Vanessa immer mehr in die Verzweiflung. Sie fleht ihn an, endlich mit den Quälereien aufzuhören und fragt den Attentäter, was sie dafür tun müsse. Er fordert sie auf, ihm zu folgen. Er erzählt ihr davon, dass er sich in die Luft sprengen wird und unzählige Menschen mit in den Tod reißen wolle. Die Vorstellung eines Attentäters in unserer Zeit ist jene von einem dunklen Mann, von einem IS-Kämpfer. Vanessa nimmt dem Attentäter den Sprengstoffgürtel ab und legt ihn sich selbst an. Sie war noch nicht geboren und trotzdem kennt sie ganz gut die Bilder der einstürzenden Türme. Sie will nun selbst so viele Menschen wie möglich töten. Menschen wollen unterhalten werden. Sie wollen die Angst und die Verzweiflung hautnah spüren. Sie wollen Blut sehen.